So, willkommen zurück. Wir sind im Badehaus, müssen Junior finden, aber zuvor wollen wir uns was zeigen lassen vom... Dykstars... Ja, ich vergesse immer wieder heißt. Quest, lass mich gerade nochmal gucken. Folge Dykstra mit R... Dykstra, ich sollte mir das echt mal merken. Er hat eine geheime Tür geöffnet. Wo geht dann die andere Treppe hin? Okay. Er da steht und wartet. Ich habe ihn lange warten lassen. Ich höre was. Oh Bart, nicht wieder. Bart. Bart, stop that. Now. Bart, man. Bart macht Ziggy lose, Jonathan. Du hast einen Troll her und warum hältst du ihn hier unten und warum ist er traurig, der arme Troll? Where did you get the troll? From Zerikania. Won him. Card game with a camel merchant. Your jokes are getting better by the minute. See me smiling. I'm dead serious. Bart, I. Bumpy horses. Hot there. Ziggy Bart take. Good Ziggy. Don't seem to have trouble communicating with the troll. Why'd you bring me down here? Take note of that hole. We'll come back to it later. And see that door. Vault behind it until recently filled with Novograd crowns and countless other valuables. But God. Then boom. Chorfoot gold. Translating into common, someone fucking made up with nearly 20 tons of my gold and all the lighter stuff. And you will help me get it back. Why don't you handle this? Gotta have connections in the underworld. What do you need a Witcher for? The gold wasn't mine alone. See, I run a members only savings club. A bank for the initiated. For reasons that should be obvious. I prefer it if my temporary liquidity problems remain private. So I need an outsider. How do you know you can trust me? I don't. Counting on your survival instinct. Slip up and I'll kill you. Feed you to Bart. Bart, sorry. Bart, jump that good. Good. Fine. I'll help you. You're not exactly bursting with enthusiasm. Why should I? Why should I? They strip us of emotion. I'd be jumping from the only otherwise. Alright. I ought to look around. But first some questions. On all ears. I'd have to help you by the troll. I'd have to help you by the troll. I'd have to help you by the troll. How much was it all worth? Got an approximate idea? Why the fuck do you care? Figuring your finder's fee. Don't get your hopes up. No, you're too well for that. Just prefer to know what I'm looking for. Three crates of Nilfgaardian Florence. A chest of emeralds, rubies and topazes. Silver candlesticks and platters. I could go on. Shiny. Chorful. Oh, God. Anyone see what happened? Other than Bart? No. And the vault's location is known only to the treasure's co-owners. Well, and the thieves. What about upstairs? Anything unusual happen in the bathhouse the day of the break-in? No. Happened swears it was calm as ever. The usual customers, no incidents. Bloody bucolic. Take it the thieves got in through the hole behind you. You're a regular fucking master sleuth. Any other brilliant deductions you want confirmed? The year, maybe? Bloody name of Redania's king? No, but I am wondering, for instance, how that hole got there. Hole, no. Boom. Hole. Bad look won't go. Bad look, no. Only sleep. Bad. Schlichte Pilze. Bad mushrooms. What's that about? Pop's mold. The spores are highly toxic. One whiff and you're dead. Unless you're a troll, that is. Yes. Bad. Bad. Troll. Not talking to you, dimwit. Where was I? Ah, mold spores. They cover the walls of the sewers other side of the vault. Actually thought it was a good thing, you know. A bit of extra protection. Thieves found a way through it. Bad. You see them? Bad through hole. Once the boom got what. Breathe. Shroom. Sleep go. Jelfon gone. Bad troll. Now, now. Stiff up a lip. Okay. Z-Boom's gemacht. Also, die haben irgendwie das Dings aufgesprengt. Er hat die Pilze eingeatmet. Es eingepennen konnte. Dadurch auch nicht wirklich sehen, wer das war. Oh, shh. Boon. Can you elaborate? Boon! Big para boom. Big. Big. This like. I'll elaborate. Explosion. Big enough to blow that fucking hole in the wall. Separating the vault from the sewers. Gotten pretty good at communicating with this troll. Lots of prior experience. Worked with idiots my whole life. Try to track down the thief yourself? Of course. Hide this lummox, Fonce. Thick enough not to ask questions. We knocked back some pop's antidote and entered the sewers. Soon after, I returned alone. What happened? Lad started belching something horrendous. I mean, burps with so much mass, the walls shook. Told him, Fonce, stop. You're in the presence of a count. Well, former count, but still. And then he puked up. Up came most of the antidote. Lost his protection. Tried to pull him out. Then I heard a bubbling. Something crawled out of the water. I value the lives of my men. I do. But I value me own even more. Dropped Fonce and ran like hell. I don't know. No! Didn't notice a fucking thing! Didn't do a taxonomic field analysis either. Das ist ja okay, ich habe es verstanden. Ich schätze mal, wir werden uns erst um Dykstras Schatz kümmern, bevor wir dann den Hurensohn aufspüren. Dann, lass mich gerade mal ins Inventar gucken, wir haben jetzt das Manuskript für dieses Zeug doch bekommen, oder? Muss ich das noch herstellen? Das haben wir doch schon... Ja, das... Ich besitze den Gegenstand bereits, alles klar. Steht ja auch da, ich hätte auch einfach lesen können. Verständlichkeitshalber trotzdem kann ich nochmal durchscrollen, dass wir sonst nichts machen können, alles klar. Ähm... Können wir sonst noch irgendwas hier? Nur den Troll. Ich spreche ja gerade nochmal, muss ich jetzt schon das Zeug dann einsetzen? Ich sollte es vielleicht irgendwie ausrüsten. Haben wir das denn? Katze, weißer Honig, schweißes Blut... Was ist das denn? Achso, ich guck die ganze Zeit links und ähm... Er hat das schon ausgerüstet hier. Okay, da haben wir das Gift. Äh, das Gegengift, wie auch immer. Ich sehe es, da hinten auch schon grün babern, dann wollen wir mal. Jetzt haben wir noch eine Tür, Pilze, da ist was. Okay, also kein Zauber involviert. Oh, bisschen Schnaps. Was? Abgeschossen. Ja, ich würde es gerne nehmen, aber ich weiß nicht wie. Wie könnte ich denn... Einfach drücken? Okay, fünf Minuten hält das. Ist schlimmer als sein eigenes Zeug, dass er so trinkt immer. Es tut mir leid. Okay, wir haben einige Gegner. Ich mein gut, das Ertrunkene können hier auf jeden Fall rumhängen. Was ist denn sonst noch so in den Abflussrohren? Ja, ja, Ertrunkene. Das war ja klar. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wie ist denn sie weg? Es tut mir leid. Was? Was ist das? Es tut mir leid. Ja, ja. Ich möchte aber gründlich sein. Ja, genau. Gucken wir hier nämlich nochmal. Okay, Bar sagte alles bei einem dasselbe. Wieso klitzerst du so? Achso, das ist ein Hexelsinne. Ich vergaß. Au, ähm. Einfach stehen bleiben. Zirn, Dämonstaub, Algool. Habe ich das nicht schon? Egal. Seide nehme ich auch gerne mit. Okay, steig einfach auf den Stein da hoch. So, danke. Oh, Silvanera Smaragd rein. Schick. Irgendwas mit einem Ring haben... Wir haben jetzt sehr viel geredet mit einem Dykstra. Hat er... Hat er nicht irgendwer irgendwas von einem Ring noch gesagt? Irgendwie bin ich gerade... Ich fälls gerade nicht ein, was da war. Okay. Okay. Achso, das sollen... Ach, ja, okay. Das ist einfach dann, ähm, Gegenstände, die die bei der Flucht verloren haben. Weil, ähm, da scheint ja außer Geld noch vieles anderes drin gewesen zu sein in der Schatzkommel. Verstehe. Okay. Das ist dieser Fens, oder wie er hieß. Mehr Schnaps. Sag ich nicht Nein zu. Ich sollte mal ein bisschen Richtung Ausrufezeichen gehen, bevor das Gegengift auffällt zu wirken. Das ist oben. Okay. Knobriere ich weiter. Dann gucken wir uns lieber hier gescheit um. Da ist noch jemand. Oh. Ähm. Ich wollte mir gerade die Leiche angucken. Ich würde mal sagen, wir behalten das alles, was die fallen gelassen haben. Wir verkaufen es später. Jetzt lass mich mal noch die Leiche da untersuchen. Ich muss jetzt auch mit dem anderen machen. Wo war denn der andere? Ähm. Ich find's lustig, wie er irgendwie so spricht, als würde er gleich husten müssen. Weiß ich, ob der es absichtlich macht. Ja. Cool. Finde ich cool, dass sie es so gemacht haben. Haben noch eine Minute. Ja gut, ich weiß. Nicht mehr lange. Monsterohr. Hatte ich schon mal Monsterohr gesammelt? Einer auch. So, da haben wir noch was. Da steht er jetzt wieder direkt drauf. Toppfeifen. Nein, danke. Irgendwas Rotes noch. Oh, okay. Oh, da kann ich ja durch. Wo geht's denn mit der Treppe hin? Also, wie waren Öl und Karamell? Kann man daraus eine Bombe machen? Das hört sich komisch an. Ähm, falsche Taste zum Springen. Wahrscheinlich sammeln da ja nicht hoch. Ich weiß nicht. Okay. 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 Ich weiß es mir nicht nehmen, hier nochmal durchzugehen. Hauptsache Schnaps. Abgeschlossen. Schnaps, Wasser, Flaschen. Okay. Soll reichen. Komm ich vorne raus? Ach so. Okay. Das war's dann hier. Gut. Ähm. Da ist Rittersporn ein ganz schön großes Risiko eingegangen, hier einzubrechen. Und hat sogar jemanden dabei verloren. Verbesserter Rennsatz, Loki. Ähm. Durch die Sporen. Wieso brauchte er so viel Geld? Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Quest und ich bin gespannt, wie es weitergeht beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Nein. Nichts. Supon. Appreciation. .